wir haben einen neuen zwerg werden wir den mal gleich mal die sind aber echt stark hier guck mal hier ist er so mein lieber 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 zwerg du kriegst jetzt von haus aus ein goldhelm eine eisenrüstung schuhe dann brauchst du noch ein paar waffen war gut da gebe ich dir mal hier eine eisenachste super geiles super dingsbums messer und eine eisenspitzhacke dann gucken wir mal ob wir für dich noch ein schönes buch haben ein holzweller bist du von haus aus ich werde dir mal noch fischer skill geben und müller skill was soll der geist weil sie schon mal haben und dann trinkt doch mal noch mannertränke so habt ihr denn mittlerweile hier mal schon den auftrag ausgeführt habt ihr nicht und da kommen auch schon wieder welche und die schlafen alle okay schild mal wegnehmen die dann diesen auftrag mal ausfüllen leute wie lange wollt ihr denn schlafen ihr müsst auch ein bisschen arbeiten sag mal die haben ja gar keine lebensenergie mehr da müssen wir sie schlafen lassen das können wir nur kaufen das hotel bevor die sich dadurch schlagen mal gucken was jetzt so passiert hier meine bis sie ausgeschlafen haben da vergehen ja 300.000 jahre habe jetzt mal ein bisschen schneller gestellt sieht man ja schön an dem glas hier aber die schlafen wir müssen natürlich hier unsere imse im auge behalten gibt sie noch okay die imse scheinbar weg dann neuer hoffe dass ihr hier gleich nein nicht wegfliegen damit doch hier was hier noch passiert ist gar nichts mehr da alles schon eingesammelt okay dann arbeitet mal hier ein bisschen er sehr schön hilfe kann ich immer gebrauchen haha die skelette sind weg Ha, 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 ha. Ihr doofen Skelette. Hier, eure Brücke werde ich auch mal entfernen lassen von meinen Leuten. Oh, da hat einer ausgeschlafen, Halbwegs. Ist schön. Wir haben einen neuen Zwerg wieder zurückbekommen. Ist schön. Ist auch schöner als schön. Ist richtig super schön. Macht ja auch immer Spaß, hier auszurüsten. So. Gut, da haben wir hier für sich... Das, dann haben wir das. Und du kriegst einen Goetheel. Obwohl du dir den noch gar nicht verdient hast. Und du kriegst... Hä? Wir brauchen ein neues Schwert. Gut, du kriegst vorübergehend hier so einen Monster-Krummsäbel. Einen Bogen hätten wir auch noch. Ne, warte mal. Ich mache aus dir einen... Ne, hier, einen langen Bogen kriegst du. Mache ich aus dir einen Bogenschützen, weißt du? So, weiter, mein Freund. Troa heißt er sogar. Cooler Name. Gibt es noch neue... Ne. Cooler Name. Achso, wir können ja... Ach du Scheiße. Guck mal, wir können noch hier... Der hier zum Beispiel. Der hat keine Leben. Dann geben wir dem noch einfach mal einen Lebenstrank. Der hier kriegt einen Lebenstrank. Dazu sind die doch da. Man, bin ich jetzt auch wieder ein bisschen spät drauf gekommen. Damit die hier nicht zu lange schlafen müssen. Vielleicht gibt es sogar einen Essentrank. Würde mich mal interessieren. Ach komm, wir nehmen die jetzt einfach. Damit die gleich wieder arbeiten können. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob es einen Essentrank gibt. So, gut. Jetzt haben wir die Zwerge alle wieder auf voll Leben. Damit die mal hier unsere Pläne umsetzen können. Genau. Bisschen langen wir mal wieder. Gut, die Imse arbeiten. Genau. Und hier soll es nämlich jetzt... Da soll nämlich hier Dings drauf. Weißt du? So was hier soll hier rauf. Geht das? Nein. Okay. Dann möchte ich dann noch so ein Ding haben. Noch eine Ziegelwand. Hier, mach mal rauf hier. Hier noch eine Ziegelwand dran. Müsste eigentlich relativ zügig gehen. Genau. Hast du noch nicht gemacht. Hier möchte ich dann auf lange Sicht noch einen Stein rein haben. Dann möchte ich, wenn ihr schon mal dabei seid, möchte ich das hier nochmal abbauen. Und die Monster dann immer gleich herunterfallen. Guck mal hier, haben wir noch einen Teppich. Habe ich nicht eure ganzen Herzen. Wir gehen mal kurz in den Shop rüber. Ich will mal was gucken. Und zwar wegen den Tränken. Was gibt es denn da noch so für Tränke? Die waren noch hier, oder? Guck mal hier. Hier gibt es den Feuerballtrank. Den Trank, den Haie Trank. Aber den Essentrank gibt es scheinbar nicht. Ne, den Essentrank gibt es nicht. Okay. Wollte ich nur mal wissen. Na, komm mal hier vorwärts. Mit der Bauerei. Siehste. Und jetzt können wir nämlich hier noch einen Tesla-Tom raufbauen. Und der Bereich des Hauses, der wird eigentlich gar nicht genutzt. Da wollen die auch immer durch. Dann werde ich mal hier noch Ziegelwände reinbauen. Falls sie sich halt durchschlagen wollen. Okay. Dann machen wir die hier noch weg, damit da nichts mehr wachsen kann. Dann fallen die nämlich hier rein. Versuchen sich hier durchzuschlagen. Ja, ich glaube das ist eine ganz gute Idee. Und hier können wir dann auch noch Steine hin machen. Dass wir die Seite hier mal ein bisschen ausbauen. Es ist ja auch ein bisschen Bevölkerung gewachsen. Wir haben einen neuen Zwerg. Ausrüsten. Macht Spaß. Ausrüsten. Meine Babyzwerge pucken. So. Okay. Noch einen Bogen schützen. Wir machen einfach noch einen Bogen schützen. Dann gibt es den hier. Und den hier. Und was gibt es rüstungsmäßig? Das hier. Und Schuhe haben wir Gott sei Dank noch. Und das hier. So können wir den ja schon fast in die Weltgeschichte schicken. Wobei, ich werde mal noch Langbogen bauen. Und Schwerter. Langbogen und Schwerter. Warte mal. Guck mal. Die Dinger hier. Die fand ich eigentlich immer ganz cool. Was kosten die? Gold? Die kosten nur Stahl. Mitrilschwert. Wow. Wenn wir das verlieren, wäre traurig. So. Wir machen uns mal noch ein paar Langbögen. So. Holz haben wir. Wir brauchen Kohle wieder. Sehe ich gerade. Oder? Hallo. Was fehlt denn da? Acht Silber haben wir hier genommen. Wir brauchen Stahl. Okay. Mach mal drei Langbögen. Müsste reichen. Das Ding hier. Das braucht Gold. Silberschwert braucht Silber. Gold ist natürlich ganz schön wertvoll. Silber. Guck mal. Eine Silberspitzhacke machen wir uns mal. Mal. So. 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 Machen wir uns mal ein, zwei Silberspitzhacken. Und gibt es auch Silberexte. Guck mal. Hier eine Silberachse machen wir uns auch noch. So. Wobei Silberachse. Naja. Okay. Ist egal. Machen wir uns noch zwei Silberexte. Und dann machen wir uns. Das Magierstab weiß ich gar nicht genau, was der nun gebracht hat. Schuhe mäßig sieht gut aus. Silberner Helm. Wow. Magische Explosionen. Magische Explosionen. Komm. Lass uns mal eine magische Explosionen basteln. So dass wir das mal freischalten können. Harz. Schleim. Haben wir. Schwarzer Diamant. Huhu. Haben wir. Uh. Die sind aber ganz schön wertvoll. Von diesen Pilzen haben wir auch nicht so viele. Aber es sollte reichen für das magische Explosionsdingsbums. Freigeschaltet. Was ist denn hier? Das bauen wir mal. Mitril. Also dass wir im Prinzip jetzt die Zaubersprüche einfach mal alle freischalten. Mal gucken. Grüner Diamant haben wir. Ist nicht der Richtige. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ist er denn das nicht? Hier gibt es noch einen grünen Diamanten. Ne. Ist er auch nicht. Wie viele grüne Diamanten gibt es denn da? Roter. Schwarzer. Grüner. Grüner. Wasser. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Mitril in Gott. Knorren. Grüner Diamant. Magischer Sog. Sammelt Nealin. Oh der ist aber cool. Den will ich haben. Ich will den magischen Sog haben. Der ist geil. Der kann Rohstoffe einsammeln. Los. Wo ist er? Magischer Sog. Hier den will ich haben. Mitril. Knochen. Grüner Diamant. Und wird hergestellt. Irgendwo. Mana kosten 3. Okay. Mana haben wir. Aber brauchen wir ja auch zur Herstellung gar nicht. Guck mal hier. Grün Diamanten. Ist das auch ein grüner Diamant hier? Blauer Diamant. Okay. Grüner Diamant. Zack. Mitrilbahn. Zack. Knochen. Zack. Und Zack. Oh das nervt mich jetzt aber ein bisschen. Dass ich das nicht bauen kann. Jetzt habe ich eine falsch gemacht. Das ist doch alles grün hier. Achso. Es kann natürlich auch sein, dass der andere, der wird hier erstmal hergestellt. Irgendwie im Zaubertrank. Spezial. Dingsbums, dass der erstmal hergestellt werden muss am Hexenkessel oder so. So ihr kommt hier vorwärts. Ja sehr schön. Du sollst ja nur hier drüben haben wir eigentlich noch die Klettergerüste. Klettergerüste für kleine Zwerge. Ja haben wir noch. Okay. Und da habe ich gerade gesehen, wir haben ja tatsächlich noch Käfige. Achso, die haben wir ja schon hier reingepackt. Okay. Und Fangeisen. Wow. Dann brauchen wir hier noch ein Fangeisen hin. Dann vielleicht hier noch ein Fangeisen. Und hier noch ein Käfig. Was hier verteidigungsmäßig ein bisschen aufgebaut wird. Dann würde ich hier. Genau. Genau. Das war ja der Plan. Ach nee. Da werden wir erstmal nicht rüber gehen. Da bin ich zur Zeit ein bisschen vorsichtig geworden. Aber wir werden mal. Dass die hier ein bisschen arbeiten können. Hier soll noch ein Stein rein. Und wir werden mal hier auf der Seite dasselbe machen, was wir da drüben gemacht haben. Dass wir hier oben nochmal einen Tesla-Turm oder zwei hinsetzen. Hier haben wir ja schon eine schöne Doppelwand. Die ist jetzt hier auch okay. Guck mal. Sieht so ähnlich aus wie die andere Seite. So verstärkt. Weil wenn du hier guckst. Hier hinter habe ich scheinbar was vergessen. Da habe ich vergessen die Platten ranzumachen. Die schön. Sonst würde das ein bisschen besser aussehen. Können wir die noch ersetzen? Nee. Aber wir lassen das mal so. Ist ja eine optische Sache. Da fällt mir gerade ein. Ich will mal so eine schöne Türmchen haben. Es wird schon wieder dunkel. Ich will mal so eine schöne Türmchen. Wo sind denn die? Guck mal hier. Die sehen doch cool aus. Turmspitze. Dazu müssen wir dann aber auch einen Turm bauen. Dann brauchen wir ein rundes Fenster. Müssen wir dafür craften. Dafür brauchen wir Glas. Und dafür brauchen wir Holz. Okay. Dann craften wir. Wir machen erstmal zwei Turmspitzen. So. Dann brauchen wir uns später nochmal drum. Schlafen alle im Willen. Ja, lass dich mal. Oh, wir haben schon wieder einen neuen Zwerg, der nicht ausgerüstet ist. Sehe ich gerade. Das war aber jetzt ein Glück. Dass ich das noch gesehen habe, haben wir jetzt schon umfällige Schwerter hier. Guck mal, dir können wir so eine richtig tolle Axt geben. Und du kriegst sogar eine Silberaxt. Nur vom Feinsten, mein Bestand. Nur vom Feinsten. Was ist denn eigentlich mit dem Ding? Macht der hier Schaden? 20 Schaden. Na, na komm. Dann kriegst du den. Dann kriegst du den. Und du brauchst noch eine schöne Rüstung. Eine ansprechende Rüstung. Oh, die Schuhe sind langsam knapp. Jetzt haben wir ja wieder acht Zwerge. So, Ausrüstung sieht ganz schick aus bei dir. Taucherhelm, sehr interessant. Und, äh, tja, was können wir dir noch Gutes tun? Erstmal nichts, ne? Ja, ich frag mich, was in diesen Inventarplatz hier reinkommt. Was macht man hier rein? Da hatten wir noch nie was drin. Können wir da vielleicht so eine Flasche mit rumtragen? Ne, nicht wirklich. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. So, habt ihr alle jetzt euren Anzug? Ja, okay. Bücher hatten wir nicht mehr, ha? Okay. So, macht mal weiter. Lasst euch mal nicht abschrecken hier von den Monstren. Macht einfach euren Job, wie du zum Beispiel. Was hält denn dich davon ab hier? Schlagt doch mal die Schnecke tot. Ja, genau. Dann kannst du es auch gleich... Ach, nee, jetzt geht es wieder. Ach, manchmal haken. Manchmal bleiben sie so ein bisschen hängen. Dann kannst du hier nochmal hochklettern. Wenn du willst. So, okay. Ah, guck mal hier. Der macht es auch richtig. Ach, der klettert da oben. Das ist ja auch cool. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Warte mal, wir hatten doch so einen Feuerballspruch. Den könnten wir jetzt mal einsetzen schnell. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Wo bist du? Hier, guck mal, Feuerball. So. Kannst du weiterarbeiten, Zwerg? Ah, okay. Die Aufgaben sind eigentlich klar definiert hier, meine Lieben. Du brauchst auch gar nichts zu tun, als wenn du nicht weißt, wo du lang sollst. Was ist denn das für ein Quatsch? Du brauchst doch nur hier oben langlaufen, Mann. Ah, okay. Feuerball. Haha. So, und du sagst, du behauptest auch, du würdest dich wissen, wo du langlaufen kannst. Ah, er kann echt an dem Skelett vorbeilaufen. Ja, haha. Oh, wir brauchen neue Ims. Die Ims müssen wieder aktiv werden. Dieses Spiel ist der absolute Hammer. Die Ims. Give me the Ims, please. Hier, könnte er mal wieder. Reicht nicht? Doch, jetzt. Oh, die kleine Brücke hier, die müssen wir aber abbauen. Wo willst du denn hin? Ach, der will ja noch was einsammeln. Okay. Oder? Der greift das Skelett von sich aus an. Okay, kann er machen. Dann kannst du auch gleich noch ganze Viecher hier einsammeln. Na gut, mach das. Sammel einfach ein bisschen. Das Huhn könnte auch. Ich müsste hier, braucht ihr immer Befehle, um irgendwas zu töten? Haha. Okay. Gut. Läuft doch. Okay. Dann möchte ich hier... Das Ding sollte er noch entfernen. Wie sieht's denn aufs... Und hier, die sollten noch ersetzt werden durch richtige Steine. Und was ist hier drüben? Läuft hier alles? Da... Hier müssen sie nicht mehr runter. Können wir wieder wegnehmen? Dann würde ich auch sogar... Warte mal. Oh, guck mal. Da war einer drin im Käfig. Haha. Das war hier. Da haben die nämlich Schwierigkeiten, wenn wir so einen noch hier hinbauen. Geht aber nicht. Es sei denn, wir würden das so machen. Weißt du, da haben wir hier so eine komische Kante. Dann würde ich sogar so weit gehen, sehe ich gerade das hier wegzunehmen. Ich glaube, genau, das werden wir mal wegnehmen. Dann sieht das auch ein bisschen mehr nach einer schönen Falle aus. Oh, schon wieder ein neuer. Zehn. Wir haben zehn. Oh, oh, oh. Reicht denn unsere Ausrüstung für zehn? Wir haben so viele verloren, die kommen ziemlich schnell wieder. Also Leute, wenn ihr die ganzen Zwerge verliert, das ist kein... Das ist nicht der Weltuntergang, ha? So. Natürlich müsste man diese guten Waffen jetzt bevorzugt den Spezialisten geben. Fällt mir gerade ein. Aber wir spielen jetzt erstmal... Wir können ja später noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir spielen jetzt erstmal so weiter. Okay. Haben wir hier ein Buch? Okay. Warte mal, er ist auf Schwertkampf. Da muss er natürlich ein Schwert bekommen, wenn er auf Schwertkampf spezialisiert ist. So. Bist du für ihn? Ja, du bist ein Schmied. Okay. Du bist ein Schmied. Trotzdem kriegst du noch eine Aktion. Und du brauchst einen Anzug. Ein paar Schuhe. Und einen Helm. Kane. Alles klar. Messer noch. Äh, eine Waffe noch. Oh, die Waffen gehen noch weg wie nichts hier, ey. Mal gucken, dass wir noch ein bisschen Nachschub basteln. Warte mal, hatte da eben einer keine Rüstung? Doch, haben sie alle. Okay. Guck mal, was wir hier an Waffen noch bringen können. Mitrielschwert. Oh, das wäre natürlich richtig geil. Wir haben ja Mitriel. Aber ich bin so geizig mit dem Mitriel. Was ist mit Silber? Machen wir uns noch Silberschwerter? Was soll's? Können wir noch mehr Silber machen? Wie viel Silber haben wir denn? Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Wir haben bloß keine Kohle. Das ist das Problem. Leider. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch, äh, Kohle abbauen. Hilft ja alles nichts. Bloß wo? Wo finden wir Kohle? Hier hatten wir ja schon mal unseren Forschungsgraben gemacht. Würde ich mal sagen, wir haben ja so viele Zwerge. Da können wir jetzt mal hier... Oh, hier, guck mal, hier. Hier sind wieder Diamanten oder was? Ach, nee, Mitriel. Okay, das ist Silber. Jetzt habe ich es gerafft. Das ist Silber und das, was da so funkelt, ist Mitriel. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.